Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder, die drei von der Tankstelle oder was auch immer. Wir wissen gar nicht mehr, wo wir hingehören, weil wir jetzt schon seit heute Morgen halb elf aufnehmen und wir kommen einfach nicht zu unserem Ziel mit diesen Kautschlappen. Leute, es ist gleich neun Uhr, wollte ich nur mal sagen. Ja, das macht nichts. Nein, ich sag ja nur, weil du halb elf sagtest. Heute Morgen halb elf, angefangen. Ja, ja, ich weiß. Warte mal, was haben wir denn jetzt hier? Ach so, ja, ja. Sonst kann sich ja keiner vorstellen. Hier sind Viecher, 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 irgendwas ist hier gewesen. Das sind die, nee, nee, das sind die Glühwürmchen. Ah, hier. Das sind Glühwürmchen. Nimm die Wanchen, nimm die Wanchen. Mit dem Sack nehm ich nochmal mit. Aber die brauchen wir nicht. Oh, die hat sich aber echt genährt an dir. Ist das eine Größe oder so? Ich hoffe, dass noch was für dich drin war. Hier liegt sie. Ja, die habe ich schon ausgeleert. Da brauchen wir einen Playflieger, da oben. Ja, Playflieger, warte mal, hier sind Tote. Ach, die haben wir vorhin schon, glaube ich, gelootet. Wo bist du, Heiko? Ja, danke. Ich lass mal grad gucken. Hier ist wieder nix drin, ne? Ne, das haben wir vorhin, glaube ich, schon gemacht, oder nicht? Genau, genau, da waren wir schon drin. Jetzt muss ich nur Heiko finden, ich seh den nicht. Ich steh da vor euch. Du stehst nicht vor mir. Doch, hier. Den komm ich schnell, komm ich länger. Ja. Ach da, das hab ich nicht. So, noch 55 kleine Meter, da sind wir am Kreis. Und da müsste da wieder was sein. Playfliegen. Ja, Playflieger brauchen wir und ich brauche noch eine Kakerlake im Fleisch. Ach so, ja, das wird man. Da werden wir ja wohl noch irgendwo drankommen, eine blöde Kakerlake. Ja, wir müssen ja eh da wieder zurück, ne? So, Playflieger haben wir hier. Welche Bock. Ja, wir sind hier im Kreis drin. Hier, in meine Richtung. Jo. Jawoll. Ich hab schon mit dem Level ab, das kann doch nicht sein, oder? Ich brauche aber eine Drüse. Ich komm da nicht dran. Aber ich hab's geschafft. Was brauche ich? Die Drüsen brauche ich. Ich hab keine Drüse. Hier ist eine Drüse drin, ne? Warte, 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 warte. Nee, ich hab absolut keine. Hier liegt es auch nochmal. Hier, hierher, hierher. Ja, ich gucke gerade hier, ob hier noch was ist, aber. Hier ist überall Fleisch. Leute, ich hab jetzt den Aufnahmen, hab ich zwei Löffel gemacht. Komm mal her, hier sind, hier war eine Drüse drin, in dem hier. Und hier ist... Nee, ich hab nur Fleisch. Hier, hier, wo vor mir? Ja. Komm mal her zu mir. Vor mir. Ich bin doch vor dir. Hier. Da ist eine Drüse drin. Da. Da. Warte mal, was ist hier? Ich hab nur Fleisch da drin. Oder hier. Guck mal hier. Guck mal hier. Bei Blähfliegendrüse, hier. Nee, ist Fleisch. Ich hab nur Fleisch. Guck mal hier. Nee, ist Fleisch. Blähfliegenfleisch, atomarer Abfall und Blähfliegendrüse ist hier drin. Ich bin gearscht, glaub ich, gerade. Nein. Irgendwie. In den schön fleischigen Stück ist wirklich nix drin? Nein. Leuchten des Fleisches drin und irgendwie... Warte mal, hier ist eine. Hier. Ich hab sie. Oh Mann. Das war ja harter Kampf. Das wäre jetzt aber blöd gewesen. Das ist schon wertblöd gewesen. Jetzt brauchen wir noch eine Kakerlake. Wohin? Ja, eine Kakerlake, genau. Kakerlaken sind doch oft hier in der Höhle vielleicht. Warte mal. Was für eine Höhle? 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 Keine Höhle? Höhle. Höhle. Hier kommt so viel Fleisch und Leder. Höhle. Höhle. Mit dem Dünger raus. Höhle. Ist denn hier ein Bunker in der Nähe? Ich glaube, das war eine Stelle, wo man irgendwie tief runter konnte. Höhle. Warte mal. Ja, hier ist doch ein Bunker. Ebis Bunker. Äh, wo, wo, wo? Wo siehst du? Etwas, praktisch etwas zurück. Hoch, ne? Hoch, Klaus. Ach, Ebis Bunker. Genau. Und dann haben wir noch Hütten. Vielleicht ist da eine Kakerlake drin. Oh. Ebis Bunker ist das? Ja. Ups, ich habe die gar nicht auf dem Plan. Genau, das könnte natürlich sein. Ach, Ebis Bunker müsste sie auf dem Plan haben. Ich habe hier, wo wir jetzt sind, habe ich nichts. Ja, nein, ist schon ein paar Meter noch zu gehen. In diese Richtung, in der ich jetzt gucke. So, kommt die nach? Ja, genau, das könnte hin. Ja, Moment. Ja, genau, das kommt hin. Ich stampfe mal voraus. Dann habe ich ihn auch. Der Ebis Bunker, genau. Ich stampfe ganz langsam hinterher. Weg von den Werkbänken. Nichts anpacken. Bloß nichts anpacken. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Ich stapfe mal ganz langsam hinter euch her. Aber steht jetzt auch, Tretli, die Insektenteile bringen. Ich hoffe, das war's dann. Ja, ich bin noch nicht so weit. Ich muss noch das blöde Kakerlakenfleisch wieder haben. Ja, na, ich sag's nur. Ja, Moment, ich leg mal die Waffe weg. Vielleicht kann ich da besser laufen. Lauf ich so schnell, bitte. Ich stehe. Ach, geht ihr zu Ebis Bunker? Ja. Sieht so aus, ne? So, ich bin da. Boah, da bin ich ja wohl weit. Hä? Wobei ich jetzt nicht gucken kann, weil, äh, wo bist du denn eigentlich, Heiko? Da ist wohl noch ein von Ebis Bunker, wo ihr seid, hä? Ja, es gibt einmal diese, äh, Amy, Amy, Amy's, oder Amy's. Ebis Bunker. A, B, B, I, E, 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 E. Es gibt den Ebis Bunker und es gibt Amy's Bunker. Oder wenn, das Guselhaus ist näher. Nee, da, 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 da. Lass uns mal ruhig zu, zu dem Bunker noch gehen. Dann hab ich den, Abis Bunker. Das müsste leichter... Jetzt muss ich doch meinen Power machen, hier. Ihr seid nicht zu langsam, äh, zu schnell. Ups. Ja, ihr seid zu schnell. Ja, ich muss ja mein Tempo wieder drosseln. Oh, ich bin froh, wenn die Quest abgegeben ist. Ja, ne, die ist ja wirklich lang. Ich will zulegen. Nee, ich will zulegen, fuck auf. Ja, genau. Das wär doch cool. Das wär eine schöne Sache, dass wir hinkriegen würden. Da kriegen wir bestimmt richtig viel Kot. Aber ich hab das schon mal gemacht. Diese Quest hier? Mhm. Der wollte ja eigentlich auch die Karl-Kotten machen, aber... Ja, nee, das gehört zu Karl-Kotten, glaub ich. Bist du ganz sicher? Ja. Ja, hier steht ja, Tretli, die Insekten-Teile bringen. Also, ich meine, Tretli war ja auch mit dieser Karl-Koppen-Quest verbunden. Aha. Das kann natürlich sein. Und Heiko muss auch sterben. Nee, Heiko muss nicht mehr sterben, ne? Nee, das... Das hab ich ja schon gemacht. Okay, wo... Ah, entsperren. Entsperrt. Einer der Gute sind, wenn es sperren. Ich habe... Ich habe... Ich habe alle Skills jetzt. Null Treffer. Alle Skills für den... Für den Sperr-Hacker? Und Schlossraum. Oh, ich habe zwei... Zwei Aufstufen aufgegeben. Wartet mal, Leute. Das muss ich gleich mitprüfen. Ach, das kann der Herrmann. Ich kann alles hacken jetzt. Überöffnen. Jawoll. Ah, wunderbar. Dankeschön. Winterschön. So, jetzt... So, jetzt... So, jetzt... Alles Gute. Hoffentlich finde ich, dass er jetzt dein Ding im Moment ist. Wollt ihr hier oben warten? Ich gucke mal. Machen wir mal. Ja, sonst neigt ihr dazu, wieder zu sammeln und zu machen. Aber bei dir sollte das jetzt auch weg sein. Was sollte weg sein? Nee, ich habe das Kakerlakenfleisch nicht. Mir fehlt immer noch Kakerlakenfleisch. Ich hoffe, dass du es jetzt findest, Kakerlakenfleisch. Ja, ist eine Kakerlake. Halt, bleib stehen. Hau feste drauf, mach sie alle. Machst du blöd. Jo. Ich glaube, jetzt habe ich es. Oh, du? Ja, ich habe es. Wunderbar, das war es schon. Raus hier. Damit ihr weitergehen könnt, bevor ich wieder alles zerlege. Okay, ich komme wieder raus. Ich habe genug Kakerlakenfleisch. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt gehen wir zurück, würde ich sagen, ne? Dass wir gleich das abgeben, damit wir diese Quest los sind. Ja. So. Wo müssen wir jetzt hin? Und wie kommen wir da am schnellsten hin? Moment, wir müssen... Oh, 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 oh. Wir müssen einfach nicht da. wieder zurück. Wieder über die Autobahn zurück. Ne, so weit ist es nicht. Ähm. Wir müssen, glaube ich, nach... Wieder die Straße runterlatschen haben müssen und dann den kleinen Weg rein. Ja, genau. Ähm. Warte mal. Ja. Würde ich auch sagen. Hier rechts irgendwie, ne? Oder hier. Ja, hier ist die Straße. Genau. Genau. Rechts rum. So. Wir gucken. Ja. Ist gut? Jo. Okay. Rechts rum. Bevor die ganzen Viecher wieder spawnen. Ja, genau. Vor allem die großen. Wie viel Level auf Stiege hast du jetzt gehabt, Heiko? Vier oder fünf? Zwei. Drei? Zwei. Ach, zwei. Wo kommt der denn hier auf einmal her? Ja. Das gehört doch nur nicht. Na gut. Nicht aufhalten lassen. Wir laufen jetzt. Wir gehen. Ich kann nicht laufen. Wir machen gleich Heikholze, wenn wir das geschafft haben. Ja, ne? Ja, wir haben aber auch ganz schön... Ja, doch. Da kommt einiges zusammen. Hoffen wir. Hoppe. Bist du da, Heiko? Ja. Wo bist du? Ich laufe ein Stückchen her von euch. Höhe? Durch den Wald? Durch den Wald? Durch den Wald. Hä? Ja. Ja. Ja, kann er ja machen. Ach, da. Ja, genau. Ein Stückchen höher durch den Wald. Aber ich gehe weiter. Warte, bitte. Nee. Du brauchst uns so viel, extrem viel Dings. Ja. Und raus brauche ich mich hier gar nicht mehr trauen aus meiner Rüstung. Dann breche ich zusammen. Oh, da kommt er. Alles gut. Ich werde die mal wegpacken, ob ich wirklich schneller bin. Ich sehe keinen Unterschied. Ja, man ist ein bisschen schneller. Oh, was kommt denn da? Ein geflogen. Was? Klatsch. Ich habe mich einmal durch dich durchgeschoben. Koch fand er. Nö, der hat nichts, was ich brauchen könnte. Naja, brauchen könnte ich alles. Ach ja, das war das mit dem Hochhüpfen, ne? Warte mal. Hops. Bin ich drauf oder bin ich drauf? Gott sei Dank, das ist nur ein Ast. Ich dachte gerade, wir haben wieder ein Vieh, ey. Was ist denn da hinten los? Nicht ignorieren, ignorieren. Ich will nur mal gucken, da kann eigentlich nichts sein. Das bist du. Naja, das ignorieren, einfach ignorieren. Bist du gleich tot oder nicht? Nein. Gegen was kämpfst du denn da? Ich kämpfe gar nicht. Das sind Kuh, äh, das sind Verbrannte und, äh, äh, Mutanten. Aha. So, ich muss noch mal gucken. Und ich lade mal kurz nach, äh, auf hier. Und dann versuche ich mal rüber zu hüpfen. Nö, ich springe runter und komme auf der anderen Seite hoch. Oh, geschafft, hey. Fast, fast. Scheiße, einen kleinen Tücken zu wenig. Ich warte auf dich. Ich warte auf dich. Ja. Ich bin doch guter geplumpst. Aber es hätte fast klappen können. Hier habe ich noch nicht genug Andorff gehabt. Da bin ich. Ups. Kann weitergehen. Können jetzt auch direkt so den Pfadfinder an die hochgehen. Ups. Jetzt hat es gerade blockiert. Moment. Bist du in Ordnung mal, äh? Ja. Alles gut. Okay. Und Heiko? Alles im grünen Bereich. Bist du hinter mir? Ja. Warte, ich komme. So. Weiter. Gut. Komm schon. Ah, jetzt bist du in der Nähe. Ja. Ja. Moment. Warten Wanderer. Ja, genau. Wunderbar. Nein, wir gucken uns hier nichts an. Nein, wir gehen geradeaus. Deswegen bin ich durch den Wald gelaufen. Ja. Du weißt, es leid tut uns her zu eiern, ne? Nein. Ich wollte mir nichts angucken. Nichts. Nichts. Was hast du denn da gekämpft? Nein, das waren Frau Brander und Modanen. Ach, die haben untereinander gekämpft. Ja, genau, genau. Ah, ja. War das nicht. Da steht doch schon wieder ein Bär. Moment. Der Bär ist wieder da. Lass mich für Ruhe. Ich schieße dich tot. Böder Junge, du. Äh, wo ist er denn? Moment. Den kriegst du ja versuchen. Ja, ich kann die Säure doch immer schön gebrauchen. Ach, ich bin schon glatt gelaufen. Jetzt gehe ich aber rein und jetzt gebe ich dem das so alles, was er haben wollte. Der ist gar nicht mehr da. Den hat es so lange gedauert und der ist abgehauen. Oh, hier wäre eine Blähfliege gewesen. So. Jetzt noch eine. Ne, der steht hier. Ich kann mir nochmal Fleisch. So. Jetzt mach mal zuerst. Ah, bei mir ist abgeschlossen. Wunderbar. Auch oben? Drei von vier jetzt? Ähm. Ja, drei von vier. Genau. Cool. Ah, da hat ein Sternchen ist auch abgeschlossen. Dolly Satz. Das ist tatsächlich Dolly Satz gewesen, ne? Wir müssen doch die Tapferkeit machen. Äh, bin ich fertig? Ich glaube, ich bin fertig. Ah, jetzt muss ich doch Radkakerlakenfleisch haben. Warum ist mein Radkakerlakenfleisch jetzt vergammelt oder was? Stimmt. Stimmt. Ich erhalte Rad... Ach. Müsst ihr ja auch nochmal. Müsst ich auch noch machen. Ja, es scheint vergammelt oder so. Warte, ich guck mal mit... Mir fehlt das Radkakerlakenfleisch. Ja, mir auch. Mir auch. Warte mal, vielleicht hab ich noch was. Da kann ich das einer von, äh, Radkakerlaken... Radkakerlaken... War das nur... Ne, bläflige nicht. Moment. Radkakerlakenfleisch. Ja, ich schaue, was ich habe. Das ist verdorben wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ich hab's Insektenspraymittel bekommen. Hä, cool. Aber ich hab keins mehr. Das ist offenbar auch... Der Rest ist Falkermilch. Das war wohl gerade im letzten Moment, dass ich... Oah... Scheiße. Oah... Ich will nur die schnellsten Radkakerlaken irgendwo herkriegen, damit... Äh... Ich such mal mit euch. Muss ich ja nicht looten. Damit mir das andere Fleisch jetzt nicht auch noch vergammelt. Jo, ich gucke grad. Ist hier noch irgendwo was? Andere Haus. Warte mal, ich... Ich geh mal rüber zu dem anderen Haus hier. Oh, das ist ja noch ein blöder Bär. 76 also. Das ist scheiße. Au. Gestern hat er mich erwischt. Ich muss nachladen. So ein Scheiß. Lass mich doch in Ruhe. Ich muss nachladen. Ach, echt jetzt. Wo ist er denn? Oh man, der hat einen Fusionskerl. Wahnsinn. Oh, was hat... Der hat einen Gatling Laser. Ich glaub das nicht. Ach nö, das darf nicht wahr sein mit den Radkakerlaken jetzt. Warte mal, wir hatten doch... Wo hatten wir denn die Radkakerlaken gehackt? War denn hier nicht was bei dem... Play fliegt... Wie... Wie... Ich überlege gerade, wo wir... Ich... Ich hab das vergessen, wo das war. Warte ab. Guck mal, da oben wird geschossen. Ich komm mit. Ach, nö, 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 nö. Alter, das ist doch... Ach, echt jetzt. Ich hab den mit verarschen. Oh, der hat einen Mony. Weh, du hast doch kein Radkakerlakenfleisch dabei. Hat er nicht, ne. So, was. Ja, nochmal... Na, nochmal Pech. Ja, bei dir auch Radkakerlakenfleisch weg? Ja, ja, ja. Bei mir ist der zweite Teil, den ich aufgenommen hatte, ist vergammelt. Puh. Wir können uns nicht wiederholen. Und den Haus hier ist auch nichts. Ich gucke hier nochmal, ob hier noch was ist. Vielleicht finde ich noch was. Heiko, sonst springst du irgendeinem Bunker. Kannst du springen? Nein. Kannst nicht mehr springen? Ne. Äh, Wanderer, du hast doch abgeschlossen, ne? Ja. Dann springst du doch irgendwo hin, wenn du kannst. Warte mal, ich guck mal. Wo könnte ich denn hinspringen? Äh, bis Bunker vielleicht. Was braucht ihr? Radkakerlaken, ne? Ja. Oh, wie krieg ich die? Ich bin mal kurz... Ich versuch's mal. Was? Ich bin unterwegs. Bin unterwegs. Hinsporn bei uns. Bevor das andere auch noch vergammelt, du. Ja, ja. Das kann nicht mehr so lange dauern. Ja, ich geh da nochmal kurz rein. Ich hoffe nur, das Ding ist auf. Ah, die Tür ist noch offen. Gut. So, geh ich nochmal da rein. Hoffe ich nur, dass da wieder welche sind. Hm. Wer ist denn noch? Und hoffentlich müssen wir die nicht selber suchen. Naja, wenn ich euch das hinschmeiße, müsste das eigentlich gehen. Glaub ich schon, dass das funktioniert. So, ich geh nochmal hier rein. Hoffe ich sind hier überhaupt noch welche. Jo, eine hab ich schon. So. Jo, einmal Kakerlakenfleisch hab ich. Äh, was ist hier? Ist hier auch noch mehr? Hier seh ich nichts. Moment. Ist hier auch was vielleicht? Also ich hab zumindest für einen von euch. Ja, mach doch. Mach doch für ihn. Ja, ich such grad noch die Räume durch. Warte, vielleicht ist ja hier noch was. Hier ist nichts mehr drin. Hier ist... Hier ist da eine. Und auch eine. Jo, ich nehm euch das Fleisch, bring ich mal mit. So. Da komm ich jetzt zu euch. Ja. Eins abwerfen. Nicht, dass das gleich komplett weg ist. Das sind drei Frische. So, ich guck mal wo ihr seid. Wollt ihr bleibt mal einer von euch stehen. Kann ich nämlich Stellreise machen. So, ich bin bei Heiko dann. Dann packe ich euch die in eine Tüte und dann müsstet ihr euch die sofort aufnehmen. Ich bin bei Heiko. Trefft euch bitte dort. Ich bin hier. Ja, ja. Ich müsste gleich bei euch rauskommen. Wir sind beide zusammen. Ja, gut. Super. Ach, jetzt muss ich erst ins Haus rennen. Nur los, rennen. Du sollst dich nachladen, du sollst rennen. Weißt du dich, was rennen ist? Oh Mann. So. So, erst Heiko einen Teil hingeben, schnell. Und dann mir. Äh, Moment. Wo ist es? Dann nimmt der alles, weißt du? Hehehe. So. Ja, stimmt. Heiko? Ich muss Heiko alles, sondern äh, Fisch hab ich. So. Jawoll. So. Okay, für dich, hast du? Du hast alles besorgt. Ich mixe es nur schnell zusammen. Hat funktioniert, Heiko? Ja, ja, ja. Cool. Ah, Gott sei Dank. Oh Gott sei Dank. Oh, du Fresse. Das ist ja alleine schon, schon eine sehr, sehr lange. Warte mal. Hier ist doch auch irgendwas am Flattern. Warte mal. Oh, das ist abgeschlossen. Okay. Jetzt wüsste ich eigentlich einen Whisky trinken. Oh. Oh. Wollen wir den zusammen trinken? Oh mein Gott. Oh. Aber jetzt brauchen wir trotzdem noch, he? Stell Fahrtfinder, Pionier, Dugend und unter Beweis. Ja, das wäre die vierte Aufgabe. Wir müssen Entwicklung. Verdiene die Welt-Challenge, Abzeichen der Fahrtfinder. Ja. Das sind wieder drei einzelne Aufgaben. Hm. Oder sind drei Bereiche, warte mal, wo müssen wir denn hin dazu? Ich hab nur zwei. Nein. Nein. Du guck mal, 3.0 von 3 haben wir. Entwicklung verdiene die Welt-Challenge, Abzeichen der Fahrtfinder. Das müssen wir jetzt erledigen. Dann kriegen wir auch den vierten Punkt für den oberen. Verstehst du, wie ich meine? Ach so. Das sind immer die Punkte für den oberen. Der steht ja auch immer oben. Ach so. Warte mal. Aber ich muss das komische Sonnsticke mal ausmachen. Jetzt ist nur die Frage, was ist das? Entwicklung? Verdiene die Welt-Challenge, Abzeichen der Fahrtfinder. Ja, ich gucke auch gerade. Warte mal, hier unten? Ne, das sind Sammler. Ich finde da gar nichts im Moment. Ne, ich auch nicht. Was meinen die damit? Das ist die Frage. Warte mal, hier ist man. Auf jeden Fall, danke Wanderer, dass wir schnell reagieren. Oh ja, das war heftig. Das war heftig. Das war cool. Verhandelt ist das ja da oben. Warte mal, da vielleicht? Aber da ist nichts. Ich sehe hier nichts. Da müssen wir uns tatsächlich die Aufgaben mal richtig durchlesen. Ja, was willst du da noch lesen? Nein, in der Beschreibung, in der Questbeschreibung. Ja, steht aber nicht viel. Ich gehe mal rein, warte mal. Wie heißt das, Entwicklung? In dem Moment, das war der Orden, ne? Der Orden, das war glaube ich die Nebenkist der Orden. So. Das haben wir ja auch nicht. Also ein Kleinkreis oder sowas oder eine Raute sehe ich jetzt gar nicht im Moment. Ne, ich habe auch nichts, Herr Adios. Ne, du hast ohne Zusammenfassung. Hier. Verdeignet dir Weltchallenge am Seiten der Pfadfinder. Der Pfadfinder-Pionier. Vielleicht sollten wir einfach nochmal mit ihm reden. Mal gucken, was er erzählt. Achso. Okay, warte mal. Vielleicht muss ich raus aus dem Ding. Wir von den Pfadfinder-Pionieren haben eine stolze Tradition. Immer aufwärts. Das ist das stolze Motto der Pfadfinder-Pionieren. Ne. Oder müssen wir jetzt an irgendeiner Challenge teilnehmen? Egal welche. Welche. Auf der Welt ist irgendwie hier. Ja, warte mal. Da könnte ich nochmal was prüfen. Ne, das ist es nicht. Da muss ich in die Daten. Genau. Ne, das ist... Das glaube ich nicht. Ähm. Das ist Sander. Was ist denn hier? Na. Ja, aber die Challenges. Was haben wir denn an Challenges im Moment? Vielleicht müssen wir nur das Kraftwerk Mononga oder Mounten oder was? Ah, Kraftwerk Mononga, das ist ja so eine scheiß Quest, du. Ja, ich glaube das. Dann lieber einmal versuchen Monster von Kräften und Protestmarsch. Ja, das wäre glaube ich am einfachsten. Das sind die zwei einfachsten. Ja, aber wir brauchen ja drei. Warte mal, was haben wir denn unten noch? Verteidiger, Campingplatz in Dolly Sots. Ja gut, das könnten wir natürlich versuchen. Wir haben noch eine Gruppenhauer Horde unten im Süden. Müssten wir eigentlich zu dritt hinkriegen. Warte mal, Armee auf Abwägen. Ach nee, ich glaube das ist schwer, sehr schwer. Also was wollen wir machen? Habt ihr eine Idee? Also ich würde ja eigentlich sagen, ähm, eventuell, ja nach Kräften, ne? Ja, würde ich sagen, dann können wir denn jetzt springen alle? Ne. Dann müssen wir erst eine Werkbank haben. Was ist denn, wenn wir zur, wenn wir Dolly Sots noch eben kurz machen, da können wir doch eine Werkbank hinstellen. Machen wir mal Kiste und Werkbank. Kommt, Leute. Das wäre doch eine Idee, oder? Ich glaube das war jetzt hier, ne? Die Werksechbank. Ja, genau. Und dann konnten wir doch die Werkbank, wir müssen das so zurückerobern irgendwie. Wer schießt denn da? Wow. Eventgebiet, haben wir doch schon Eventgebiet. Oh ja, das ist doch gut. Oh, so hatten wir ja schon. Dann wehme wenigstens, ob das so gemeint ist. Ja, genau. Wo schießen denn die Waffen hin? Die schießen irgendwo hier oben hin. Das sind unsere Waffen. Ah, das sind verbrannte. Das sind unsere Waffen. Das sind unsere Waffen. Ja, das ist der Waffen. Ey. Und der Kopf vor meinem. Oh man, gut, ich geh genau in Feuer. Was hat der denn da? Der hat Spielzeug, Auto. Erste Bälle haben wir fertig. Haben wir tatsächlich? Oh, tatsächlich, ja, das ist aber... Aber hat oben, ja, okay, das Event muss ja erstmal einmal vorbei sein, vermutlich. Ja, ich geh mal nach oben. Vielleicht kann ich von da oben besser schießen. Dann gehst du da hin. Ja, gar nichts mehr. Die Rauchwolken. Ah, die zweite Welle. Oh, ich hab noch Kleber gefunden. Ah, ne, die ist noch nicht abgestoßen, die zweite Welle. Okay. Könnte sein, dass da noch irgendwo einer rumbödelt. Ja, so. Habt ihr noch eine Markierung? Ne, die kommen ja. Ach so, ja, okay, verstanden. Ich habe im Garten. Da kommt was. Das war nur ein Einzelner. Dann sehen wir ja, ob das jetzt zählt als Challenge. Ob sowas gemeint ist. Ja, ich wüsste sonst auch nicht, wie die das meinen. Ist eigentlich fast logisch schon, ne? Irgendwie. Und das ist ja hier die Welt. So, seht ihr noch was? Nö, ne? Hier muss ja irgendwo noch was sein. Die Siege, wilde Kuhle. So, ich geh mal runter. Lock die mal an hier. Warte mal, was ist da hinten? Da kommt noch was. So, hier oben ist eine Werkbank. Wo ist eine Werkbank? Ich habe hier oben hingebaut schnell. Ah, super. Dann können wir jetzt, jetzt können wir ja wohl zerlegen, ne? Oh, ja. Oh, ja. Eine Waffenwerkbank? Ja. Oh, ich dachte, das ist schon cool. Also, wenn wir noch zerlegen wollen, kommt hoch und bauen. Ah, da kommt sowas. Der machte unsere Waffenverdruck. Ja, Challenge abgeschlossen. Leute, wir haben eine Challenge abgeschlossen? Nee, haben wir jetzt noch nicht. Noch nicht. Stand Challenge eben, das war euphorisch hier. Oh ja, ich werde mal aus meiner Rüstung rausgehen, dann kann ich mal kurz zerlegen. Jetzt kann man ja zerlegen, war doch richtig, ne? Ja, zerlegen? Nee, 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 du kannst alles machen. Okay. Gut, dann nehme ich die. Das ist eine 5 hier, die werde ich jetzt nicht einsetzen. Das werde ich auch nicht einsetzen, die werde ich auch nicht einsetzen. Was mache ich mit dieser Waffen? Das Gasgewerbe will ich nicht. Ne. Die Brandachse wird, au, das ist eine 9. Er hat mich jetzt gerade jemand beiseite gezogen. Entschuldigung. Warte. Jetzt schieb mich einfach hier beiseite, du. Könntest du nicht machen? Keine Angst, die Geschützer machen alles. Okay. So, die behalte ich, oder? Nee, die behalte ich jetzt nicht, die kommt weg. So, die behalte ich aber. Was habe ich denn hier noch? Das. 50er, äh, das ist Blei verkleidet. Blei verkleidet. Okay. Gut, das verkaufen wir. Hä? War das meine jetzt? Das ist meine Wecken. Musst du reparieren? Ne, du kannst hin, wenn du willst. Ich, äh, bin jetzt wieder ohne. Achso, reparieren, ja. Ja, genau. Aber im Moment macht man nie noch. Ja, mach hier. Eine Waffe muss ich mir eben da raussuchen. Ich, ich hab noch eine gebaut. Ich hab noch eine gebaut. Ich hab noch eine gebaut. Ach, hast du eine gemacht? Bist du fertig? Kann ich ran? Ja, mach nur, mach nur. Moment, eine Waffe hab ich noch. Ich hab zwei, ich hab zwei Stück gebaut. Wir haben noch eine. Ich hab noch eine Dings gebaut. So, mit immer. Gut befleckt. Die kann ich nur verkaufen. Eine dritte will ich jetzt nicht bauen. Auch verkaufen. Noch eine verkaufen. Oh, da kann ich aber richtig was gut verkaufen. So, die mach ich heile. So, das reicht erstmal. So, hab ich die. So, wir fern von mir aus die dritte Welle kommt. Mach ich die auch heile? Ja, es geht aber eigentlich noch. Ich muss den Hammer nochmal heile machen. So, eine Brandachs. Was macht die denn? 119 Schaden. Äh, Leute, bevor die dritte Welle kommt, machen wir ganz schnell das Ende und ESC. Ja. Ja. Ja, können wir machen. Ähm, ihr Lieben, wir dürfen uns wieder von euch beabschieden. Macht's gut. Wir wollen ganz schnell die dritte Welle noch erleben. Also, tschau. Bis demnächst wieder. Tschau. Bis gut. Genau. Tschüss. Ja, tschüss. Ich sag auch einfach mal kurz tschüss heute. Und Daumen hoch, bitte. Danke. 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 Und Komment inappropriate. Und ich bin auch Betrote. Mach auch gute Gedanken und kommentare reinhauen. Und ich bin comportarfreak. Wir hören uns und stören uns tschüss. Oder he Mich back. Neue.